Wir brauchen Siege! Wie der Feind, er hat sich, der Soldat. Doch, okay. Bist du denn nach dahinten? Ah, okay. Ja, ist auch. Wo haben wir denn einen Einkaufswagen? Ach, hier oben. Ne, hier unten. Der ist unten. Der ist gar nicht oben. Aber wir haben gar kein Geld. Junior, mach mal Platte rein. Wir brauchen Money. Money, Money. Schon eine Claymore habe ich. Warte, oben hinlegen. Das ganz kurz näher. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Feindliche Drohne aktiv. Ich glaube, 16.000 oder so brauchen wir. Oh, Junior, warum? Bestimmt Junior, oder? Wer war das von euch? Was? Ne, Peter. Was? Du hast Mais gesucht angenommen. Ja, jeder sieht dich auf der Karte. Oh, ja, was weiß ich, was das ist, Alter. Ja, das ist doch nicht neu. Einfach annehmen, Junge. Sehr gut, sollen die normale kommen? Ja, jetzt verpiss dich mal von uns. Geh mal weg. Heul dich rum, Junge. Was ist das für ein Männern? Lass mal lieber Killzone, du F***er. Ja, dann sag wo. Wir gehen. Erstmal, wie ich gewappt habe. Heul dich, Alter. Ja, hab ich von deiner Mutter gelernt. Die soll mal heulen, wenn die Pümmel im Arsch reinstecken. Wenn man hier verstecken ist weg. Kann ich vollstecken? Ja, dann mach doch mal hier Ansage. Dann zeig doch mal. So, ich lauf jetzt hinter dir her. Kommt, wir gehen gegen die Karte. Ja, ich komm. Oder wir warten. Oder wir warten bis Zeit. Dann wird Geld, oder? Ja. Dann haben wir... Dann kriegen wir Geld. Dann haben wir genug. Dann hast du drunter bleiben. Ja, dann geh doch in den Bunker rein. Ja, geh ich halt da. Weil dann denken die Leute, du bist alleine. Das zieht sich ja drum versteckt. Ja. Und dann kommt ihr und mach dran. Ja. Nur am rumrollen bist du. Das haben wir von dir gelernt, du Stück Scheiße. Ja, du Hundekörper, du. Ja, du Hundekörper, du. Du Fotzenkind. Das kommt eh keiner. Das ist doch der mal Angst. Ja, weil die alle Respekt haben, oder was? Ja. Mach ja so wie Juni, du einfach hier oben in der Ecke. Da ist ein Regal, da hat er sich letztens draufgesetzt. So. Wir sehen eine offene Stelle im feindlichen Netzwerk. 30 Sekunden. Und die Daten sichern, bevor sie alles... Und du holst rum, ey. Ja, hast du gut gemacht, Peter. Dann haben wir jetzt wenigstens Geld. Peter, du bist der Allerbeste. Peter. Ohne dich hole ich niemals einen Sieg. So. Ja. Feindliche Drohne in der Luft. Warum hat er eigentlich so ein Akzent? Eine Ahnung. Und man ist da. Oh, das Geschenk ist aber oben. Oh. Da ist das. Auf mein Zeichen. Weil du überlebt hast, hab ich mal ein Geschenk gekriegt. Ihr könnt aber Geld. Was können wir hier? Money. Gib der mir. Geil. Ja, hier. Ich geb dir das. Dann kannst du alles machen. Ich weiß nicht, wieviel das kostet. Du bist doch unser Anführer, Alter. Nochmal was. Okay, mach ich. Ich mach dir alle tot. Einkaufslagen ist hier hinten. Ja, warte. Ich schicke da nen Präzisionsluftschlag hin. Ja, warte. Das bringt doch nix. Wir sind doch unten. Ja, aber der geht doch oben. Der müsste doch oben kommen, oder nicht? Ja, aber wenn hier im Tunnel Leute sind. Das bringt ja nix. Ne, ich rede davon, wenn du nach oben gehst. Da ist n Gegner. Da ist n Gegner. Da hinten ist n Gegner. Hä? Oh. Ich bin verwirrt. Da ist n Gegner. Ich seh deine... Ach da. Woll grad noch ne Drohne kaufen. Ein was auch hier? Da sind Fische, oder? Äh. Die oben ist eine. Mann, die soll nicht mehr verpissen. Ich will die Drohne kaufen. Gebt Geld. Ich hol. Deswegen hab ich doch gesagt, ich kann nicht mehr verpissen. Du kannst ja doch n Luftschlag schicken. Der geht doch dann oben. Müsste der doch kommen, oder nicht? Ja, aber haben wir ja nicht viel von. Da ist n Gegner. Äh. Stimmt. Ey, ich treff den Hund nicht. Doch, jetzt. Da kommt noch eine. Ja, dann schick doch jetzt da hin. Deinen Luftschlag, wenn du den loswerden willst. Mag ja mehr so. Ähm. Soll ich mal verpissen, damit wir unsere Ausrüstung verräumen können? Ja, hab ich ne. Die, die, die haben hier gebaulich. Der Feint hat sein Netzwerk wieder gesichert. Es ist vorbei. Erst für Blanzgrenate. Ja. Nicht ganz so gut geschissen. Ja, gute Woche. ja ich hab drohne angemacht ist keiner ja ist ja ich habe einen getötet mit meiner claymore die ich da hingelegt habe weil ich habe mich gewundert bekommt der kill her ja ich habe den claymore hingesagt dann habe ich ihn auch gerade gesehen ich wollte sagen dass einer aber dann war der wegverfallung geil also wir können eigentlich hier so können einen solchen durch oder nicht doch aber gleich würde ich sagen nicht dass jemand von hinten noch kommt juniors schon wieder weggelaufen alleine und sagt nix ja ich sammle die ganze kohle eigentlich ja was willst du damit für was drohnen kaufen wo willst du eine drohne kaufen ja an dem vorratsstation ja dann zeig mir markier mal wo an welcher ja oben drüber jetzt ist eine hier bei mir ja dann müsstest du ja erstmal hinkommen ja dann muss ich hochgehen ja das war quatsch weil wir hier unten bessere dinge chancen haben als wir jetzt hoch zu gehen zum schloss noch 17 einkaufswagen ja wenn wir auch mal zusammen bleiben würden wir noch besser bin doch bei dir ja ich weiß aber ich so alle ja wir können ja jetzt schon mal rüber laufen und gucken ob wir da irgendwie hochkommen aber ob das zonen ist ob das nicht zonen ist viele stellen wir sind hier glaube ich sehr gut nämlich in der zone hier kann man hoch wo ich jetzt bin ok das ist ja es halt gleich nur riskant weil die wissen ja dass wir vielleicht hier drin nein ich wollte die links vom junior nehmen gibt immer auf bitte die mine die annäherung mine und gibt mir die mal also kannst du die nicht weil das seine das meist mal hin mit x ich weiß gar nicht also bleibt hier unten ach da oben sitzt aktiviere mine ja ja ich habe die mine da hingelegt da oben das ist alles offen da oben ja da oben ist alles offen leider komplett nein nein das ist ohne fertig werden und teams und da oben sind auf jeden fall welche ja ich werde hier wo ich jetzt stehe gleich den links hin machen ein mörser ja das am besten ich habe auch noch ein er entsetzt den weiter links also quasi links rüber so weit wie es geht ich habe da oben eingetragen aber wir brauchen noch gar nicht weg stimmt setzte mal hier hin junior hier wo ich bin jetzt hinsetzen dein mörser jetzt das ist unglaublich wirklich weil die müssen jetzt quasi darüber kommen wir denn hier raus hier aber hier wollen wir rauskosten wir müssen drinnen noch weiter kümmern ja ja wir müssen junior hat uns einen gekillt ne mach mal hier eine mine hin was du hast einen gekillt ne hab ich nicht aber down gemacht ne da sind noch zwei teams ah 3 gegen 3 ja 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 also auf plan 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 scheiße ja der plan der plan ist von mir einer geht hoch die ab und die anderen und einer bleibt unten ich habe wiederbelebung das ist jetzt gerade letzte zone ist das das war blöd dass du den mörser schlag eigentlich eingesetzt hast ja wir sind hier aufpassen wo 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 der ist drückend der kommt drückend kipp dem Achtung da ist noch einer einer ist schon mit der mit bohrladung da ist noch nicht das war oh das war gut der diese noch nicht das war der der Untertitelung des ZDF, 2020